das ist genug für heute das ist genug für heute Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Ich diente dem jungen Ethelrät. Er wird sich erheben. Wie man hört, ist er kein Elfred. Ich habe alle belogen und Sie werden es nie erfahren. Sie werden von mir als gutem Mann sprechen, der seinem Herrn diente. Dein Huger fährt in einen neuen Leib. Er wird sich ein Elf für Axel.